Let's gooo! Hey! Oh! Hey! Oh! Wow! Ja, klau dir erstmal die Sphinx. Das ist ja wieder typisch. Ja, ja. Ein Denkarium. Karium? Ein Denkarium. Ja, den kann man direkt aufmachen. Und in diesem Koffer ist... Ah, hey cool, da ist ein Buch, da ist ein Pinsel, da ist ein Fernglas, eine Spachtel und eine Lupe drin. Was steht denn hier? Ah, das da ist der Mülleimer. Hier, ich geb dir mal das Buch, das liegt da jetzt am Boden in der Mitte. Können wir damit was machen? Hier, die Balken. Oh, ich hab die Wasse zerschlagen! Sehr gut! Okay, es ist ein Buch. Warte mal. Es zittert. Ist da was drin, kannst du es anmachen? Aufmachen? Nein, aber ich kann es werfen. Okay, warte mal. Ah, guck mal hier, wir brauchen scheinbar einen Code. Ich hab einen Token gefunden. Ja doch, du kannst das Buch Freitag aufmachen. Du musst es mit Space inspizieren und dann draufklicken. Hier, ich leg's dir mal hin. Was? Wow, wie? Ah, ja. Könnte man vielleicht mit Wasser füllen, oder? Ne, bringt nix. Ihr Lieben, für die, die sich wundern, was hier los ist, Pushing, ich hab ein neues Spiel entdeckt. Wir können jetzt Escape Rooms hier spielen und, äh, wir sind mitten drin stehen nur dabei. Wir haben nur 15 Minuten Zeit, den Room zu lösen und deswegen müssen wir Gas geben. Ah, wusch. Ja? Wenn ich hier mit dem Pinsel in der Hand auf diese Dose gehe, dann heißt es halte links, klick. Ah, ich kann die Dose hier, äh, die Box frei machen. Gehe das? Ja, sehr gut. Aber das mit dem Buch ist eher was für dich, da muss man nachdenken. Ah, hier oben sind vier Zahlen, das Buch ist was für mich. Stein, Ziegelsteinstück. Fehlt hier irgendwo ein Ziegelsteinstück? Ähm, das hat, wir hatten zwei Bücher. Nee. Oh, was ist das? Oh, 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 was hab ich getan? Ich hab eine Kammer geöffnet. Hier ist sehr schön. Sehr schön. Pyramidenstück, ich hab ein Pyramidenstück. Oh mein Gott, das gehört hier oben drauf. Da liegt das zweite, das zweite. Ja, liegt das hier drauf. Hier oben. Bei Osiris und Arpis, da fehlt noch was, da fehlt noch so ein Goldbacken. Hast du nicht ein anderes Buch noch gehabt? Ich dachte, es wären zwei gewesen. Äh, weiß ich nicht, ich hab meins irgendwo hingeworfen. Also, okay, du hast keins mehr im Inventar. Doch, hab ich. Hier. Gib mal her. Da. Dumm, 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 dumm. Okay. Ah, ah, warte mal. Hier, ägyptische Ziffern. Da ist links. Ähm, das heißt, hier haben wir... Eins, zwei, drei. Hier von... Das heißt, das sind... Der Code ist... Hm. Drei, vier... Kannst du ihn mal oben einstellen? Drei, vier... Äh, Moment. Ähm... Drei, vier... Zwei, sechs. Zwei... Sechs. Oh mein Gott, ich hab einen Schlüssel bekommen. Ja, äh, in dem Buch ist nämlich hier, äh, beschriftet, welche... Geh mal da weg. ...Welder für welche Stelle ist. Und ich hab die einfach mal gezählt. Oh mein Gott, wir haben gelohnt. Aber da haben wir noch was Wichtigeres. Warte mal, die ganze Kohle sack dich mal ein, du brauchst die eh nicht. Und da haben wir noch so ein Puzzleteil hier. Noch ein Pyramidenteil, ja! Da, da... Da, da... Warte mal, ich jetzt erst mal... Da, da... Und das da ist das... Das ist nur Sand. Haben wir das schon gebraucht? Oh, auf den... Auf den Münzen ist, äh, ist die Sphinx drauf. Irgendwie. Ah, ich kann die Sphinx hier reinstellen. Ich stell sie mal da rein. Wo, in das Loch? Ja. Ui, die wurde Gold, die wurde Gold! Oh, ja! Hast die da drauf? Nee. Da sind jetzt Wellen vorne drauf zu Silvin. Das sind jetzt Wellen irgendwie vorne drauf. Wellen? Wellen? Wasser? Ja, wenigstens Denkarium. Oha! Das Teil! Ja, ich hab's! Ich hab's! Teiling, ja. Bam! Boah! Was haben wir jetzt? Ja! Guck mal hier! Achtung! Bist du da? Ja. Wie viel Zeit haben wir noch? Wie viel Zeit haben wir noch? 10 Minuten 23 haben wir noch. Warte mal, hier haben wir ein Labyrinth. Sind das die Symbole von da oben? Das sind die Symbole von da oben, ja. Warte mal, dann müssen wir da wohl durchs Labyrinth durch... Es gibt auch noch einen Weg. Warte mal, wir kommen... Wir müssen die richtige Reihenfolge einstellen, ja. Erst am Löwen vorbei, dann kommen wir an dem Vorhang vorbei, dann am Viereck, dann am Kaktus. Das sind genau vier Symbole. Warte, Löwe... Vorhang. Was meinst du mit Vorhang? Warte mal, was meinst du mit Vorhang? Ah, das Ding. Okay. Äh, ja. Dann, äh, Viereck und dann Kaktus. Viereck... Oh, Kaktus hat es selbst eingestellt. Noch so ein Ding! Das hab ich eingestellt. Das hab ich eingestellt. Achso. Äh, die? Ah, die hier. Die. Da zieht das automatisch an schon. Okay. Okay. Oh, noch ein Labyrinth. Okay. Oh, das ist blöder, das Labyrinth. Aber... Was miteinander verbunden ist? Hey, wenn du davor stehst, sehe ich nichts. Sorry. Vielleicht was, was miteinander verbunden ist oder so? Ja, wahrscheinlich. Nee. 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 Oder? Also, man kommt von der Mitte zu der Wespe. Das klappt. Von der Mitte zur Wespe. Von der Mitte kommt man zur Wespe. Buch war die Wespe genau als Biene. Steht hier als Biene drin. Ja. Die Biene ist aber oben auf den Blöcken nicht drauf. Wörterbuch. Es folgt eine Auflistung der gebräuchlichen Hieroglyphen mit ihren Lauten in ägyptischer und moderner Übersetzung. Ägyptische Übersetzung ist bjt und bjt kann ich hier auf der linken Seite entziffern als ein Fuß, eine Schlange und ein, keine Ahnung, äh, ein gefüllter Halbkreis. Das da? Ja. Yes. Komm, nimm du das letzte. Mach du dir das zu viel auf. Ich hab schon zwei aufgemacht. Und? Wow. Yeah, wir haben's geschafft. Stark. Wir haben's geschafft. Stark. Bleiben. 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 Sehen wir irgendwo in unserer Zeit. Sieben Minuten sechs Aufnahmen haben wir. Und da oben sehen wir... Acht Minuten? Da, acht Minuten 28 Restzeit hatten wir. Okay, na gut, da kommen wir auch leicht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Stark, stark, stark. Aber warte mal, ich hab hier jetzt noch das, äh, das Zoom-Dings da. Ja, die Spachtel und die Lupe, die nicht gekauft wurden bisher. So, was macht man jetzt, wenn man hier bleibt? Oh. Keine Ahnung. Ach, wir können die Tokens noch suchen. Wie viele Tokens sind's denn? Oh. Ah. Okay, zwei von acht. Tokens haben wir. Ach so, ja, dann suchen wir immer mal Tokens. Okay. Ich vermute mal... Look, mit den Vasen können wir nix machen. Ne, irgendwie nicht. Bei den Tokens musst du ja immer genau hingucken. Das ist... Können wir... mit der Schaufel... Schaufel. Ja. Ich hab die Steine auseinander geschoben. Da ist ein Tokens. Yay. Tokens gefunden. Okay. Können wir mit der Flasche irgendwie das Wasser aus dem Becken nehmen? Ne, das läuft ja immer nach von oben. Ja. Was denn da oben mit der Kiste da oben? Kommt man da irgendwie dran? Mit dem Werkzeug? Hier, mit so einem langen Balken. Nein. Nein. Den... Bringen geht nicht, ne? Nee, kommt man nicht dran. Was ist denn, wenn wir so einen Balken hinstellen? Kann man dann da hochlaufen? Ich glaube nicht. Okay. Wie viele brauchen wir denn noch? Wir haben drei von acht. Wollen wir die echt suchen? Ne, müssen wir nicht. Die Tokens sind ja nicht das Wesentliche. Ah, ich könnte eine Fliese verschieben hier grad. Was? Wo? Da war noch ein Token drunter. Ja. Nein, ich dachte auch, diese Rausschäbel fließen könnten wir irgendwie verschieben, aber irgendwie auch nicht. Ja, ne, die eine hier konnte ich... Was ist denn hier? Ah, ne, ein Ziegelstück. Du hast gesagt, du hast Geld. Ja, ich habe Münzen. Kannst du die eventuell mal irgendwo reintun oder so? Hier ins Wasser. Hier. Denn das Ding hier wurde die Sphinx Gold. Ha! Ha! Ich habe einen Token bekommen, nachdem ich eine Münze ins Wasser geworfen habe. Ah, okay. Und wenn du die Münzen hier noch reinlegst, kommt dann... Na, vermutlich Münzen haben wir da jetzt schon einen Token. Ich glaube nicht, dass wir da noch was machen müssen. Münze reinlegen, passiert nichts. Da eine Münze ins Wasser, passiert auch nichts. Hier nochmal eine rein. Passiert auch nichts mehr. Das hat nur einmal geklappt. Ein Glas haben wir noch nicht gebraucht. Kann man das irgendwie tocken? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Token suchen macht mir jetzt nicht so viel Spaß. Nee, Token suchen ist vor allen Dingen... Es ist ja geschafft, hat er ja auch gesagt, dass es geschafft ist. Von daher... Ja. Ja, nächste Episode, oder? Ja. Ähm... Ihr Lieben, wenn euch das Spaß macht und ihr in der nächsten Episode dabei sein wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert jetzt die Glocke. Und dann seht ihr uns auch beim nächsten Mal wieder heftig updancen, wenn wir den nächsten Raum geschafft haben. Von daher... Oh ja. Wir sehen uns in der zweiten Kammer von Ägypten. Bis dann, euer Rusch. Und euer Busch. Ciao. Ciao! 3 3 Bis zum nächsten Mal.